Guten Tag, mein Name ist Simon und heute geht es weiter mit der QT-QML-Serie. Heute geht es wieder um Signal und Slots, allerdings heute um richtige Signal und Slots. Letztes Mal in QML, das war so, ja, die halbe Wahrheit und diesmal will ich wirklich das wirklich Interessante zeigen, denn wirklich interessant ist schließlich die Verbindung zwischen QML und C++, damit man später auch natürlich eine Logik in seine App reinschreiben kann, die nicht nur in JavaScript bzw. QML geschrieben ist. So, los geht's, indem man auf Datei neu, wir erstellen ein neues Projekt, QT-Quick-Application auswählen, dann sage ich hier Signal, Slots, Example, ihr habt bestimmt gerade gesehen, dass da schon was war. Ja, das ist, weil ich ein ganz kleines Demo-Projekt geschrieben habe. Hier kann man auch auswählen natürlich, wir lassen jetzt mal dieses 5.3 bzw. ich. Das lasse ich auch alles so gelten und klicke einfach auf Weiter und fertig. Ja, man hat es gerade schon gesehen, Android muss natürlich auch mal in einem der nächsten Videos konfiguriert werden, damit wir auch für Android-Geräte das Ganze ausführen können. So, ja, wir fangen am besten im Window in der QML-Datei an, das trifft sich ganz gut, dass wir hier sind und, ja, theoretisch müssen wir nicht so viel machen, wir müssen lediglich das OnClicked-Event hier abfangen und dann etwas, ja, dazu schreiben. Nämlich, und ich kommentiere das jetzt erstmal ein, weil es wirklich einen Fehler werfen würde, und ich tippe das einfach jetzt mal ein und nachher wird man es dann verstehen, warum. Hello World. So, das Ganze ist jetzt schon das fertige QML-File. Wir müssen in QML nicht viel machen. Man kann sich schon denken, okay, hier wird etwas empfangen von irgendeinem Receiver, den wir jetzt natürlich noch erstellen müssen. Und diesen Receiver, den erstelle ich jetzt einfach mal, indem ich eine neue Datei hinzufüge, beziehungsweise eine neue Klasse. Und das geht ganz einfach, indem man hier rechtsklick klickt und sagt hinzufügen C++ Class und als Klassenname sage ich hier Receiver und das Ganze soll ein QObject sein. Das heißt, hier wird QObject schon automatisch importiert. So, Receiver.h und Receiver.cpp, das kennt man, wenn man C++ schon mal programmiert hat, das soll ja, die Serie soll vorzugsweise um QT gehen und nicht um C++ an sich. So, es geht weiter und schließlich auf Fertig klicken. Somit haben wir schon die zwei Dateien, Receiver.h und die entsprechende C++-Datei dazu. So, im Receiver.h müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Und zwar sagen wir hier explicit Receiver.qObject.parent, das passt schon ganz so. Das ist hier der Konstruktor natürlich. Und wir brauchen hier jetzt noch unter Public Slots einen Slot. Ja, man sieht hier, es gibt hier einen Slot und diesen Slot besetzen wir nachher mit dem Signal aus QML. Das heißt, hier machen wir jetzt eine Methode namens, vielleicht können es sich einige schon denken, nämlich ReceiveSomething. So, diese ReceiveSomething muss natürlich noch was empfangen, nämlich den String, deshalb hier QString. Ja, das war es eigentlich schon in dieser Datei. Wir können noch hier QDebug hinzufügen. Ein QDebug ist einfach die Konsolenausgabe und wird nachher ganz nützlich sein in der Receiver.cpp. Nämlich da gehen wir jetzt rein und da sehen wir folgendes. Der Receiver ist hier schon, der Konstruktor ist hier schon deklariert, beziehungsweise implementiert, so rum. Und wir brauchen jetzt theoretisch nur noch die Methode, die dann den Slot darstellt. Deshalb hier VoidReceiver ist eine Void-Methode, da wir ja nichts als Rückgabewert angegeben haben. Und mit der Autovervollständigung von QtCreator wird das Ganze dann schon so aussehen. Das Einzige, was wir jetzt doch hier machen müssen, ist QDebug und dann ReceivedDoppelpunkt und dann hier das S in unserem Falle den String hinzufügen. Das heißt, hier wird dann einfach auf der Konsole ausgegeben, Received und dann bla bla bla, was eben ankommt. So. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze verbinden. Denn wir haben jetzt einerseits das C++-Objekt und andererseits das QML. Und das Ganze müssen wir natürlich noch mischen und dazu gibt es natürlich glücklicherweise die Main.cpp. Was wir hier machen, ist dieses Qui-Application machen wir jetzt mal weg und ersetzen das Ganze mit einer Q-Application. So, diese Q-Application heißt wieder App und entbringt wieder ArcC und natürlich ArcV. So. Die QQML-Application-Engine kann so gelassen werden. Allerdings dieses Engine.load müssen wir hier ein bisschen verschieben, denn wir sagen jetzt hier, einerseits sollte es ein ganzer Pointer sein auf die Engine, da wir sie jetzt gleich noch benutzen werden. Engine ist gleich New Q-QML-Application-Engine, das war zu viel, Application-Engine, genau. Und hier geben wir die Q-App hinzu. Diese Q-App, nicht erwarten, dass es das ist, das ist eine Standardvariable von Qt. Und diese Q-App, beziehungsweise diese Engine, die hat einen Kontext. Und diesen Kontext bestimmen wir jetzt mit Q-QML, Entschuldigung, für die möglicherweise, ich entschuldige mich schon mal vorab, für die möglicherweise falsche Aussprache. Das liegt aber einfach daran, dass meine Brotowsprache nicht Englisch ist und sozusagen hier, ja, so ein bisschen Denglisch reinbringe. So, dieser Root-Kontext, dieser Root-Kontext, den laden wir jetzt, beziehungsweise, ne, stimmt gar nicht, wir setzen beim Root-Kontext ein Property. Und dieses Property wird dann unser Receiver sein. Deswegen müssen wir hier natürlich noch unsere Klasse importieren und sagen, includeReceiver.h. Ja, schließlich können wir jetzt hier einfach das Objekt erstellen, beziehungsweise eine Instanz des Objekts, um genau zu sein. Receiver, Receiver. Und können somit Engine, Load, QURL. Das heißt, einfach die URL zur QML, die wir hier schon haben, könnten wir eigentlich theoretisch hier einfach kopieren. Und hier einfügen. So, und, da war eine Klammer zu viel. Das können wir lassen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, was ich angesprochen habe, nämlich die Context-Property zu setzen. Und das geht ganz einfach, indem wir sagen, Engine, Root-Kontext wieder, setContext, den Context-Property setzen. Und da sagen wir jetzt hier, Receiver. Und dieses Argument ist, wie es genannt werden soll. Das zweite Argument ist dann letztendlich das Objekt, das dann reingeladen soll, reingeladen werden soll. So, möglicherweise müssen wir noch den QQML-Kontext hier oben inkluden. Das heißt hier, QQML-Kontext. Und jetzt sollte das Ganze schon ausführbar sein. Wenn ich das Ganze mal ausführe, sollte unser main.qml schon ausgeführt werden? Nein. Incomplete-Type-Q-Application. Ja. Das liegt einfach daran, dass wir hier oben dieses GUI auch wegmachen müssen. Denn Q-Application ist etwas anderes als Q-GUI-Application. So. Es existiert keine Variable. Das ist da schon mal sehr gut. So, Entschuldigung für den kurzen Cut, bevor ich da jetzt ewig lang suche im Video, dachte ich mir, zack, mache ich kurz einen Cut. Und natürlich habe ich noch etwas vergessen, wie dem auch sonst. Ja. Wir müssen für Q-Application natürlich noch die Widgets hinzufügen. Und die Widgets fügt man einfach in der Pro-Datei hinzu. Das heißt hier unter QML plus gleich QML, Quick und hier schließlich Widgets. Wenn man es richtig schreibt, wäre es natürlich auch noch von Vorteil. Und jetzt sollte dieses Ganze hier weggehen. Wir haben es gerade gesehen. Das unterstrichene, der unterstrichene Teil ist verschwunden. Und jetzt sollten wir das Ganze auch ausführen können. Indem wir ein... Ja. Sehr gut. Natürlich habe ich noch etwas vergessen. Ja, es ist Freitagabend. Hier natürlich kein Dollarzeichen. Wir sind hier nicht in PHP. Natürlich ein kaufmännisches Und. So. Und zweiter Versuch. Und es sieht schon besser aus. Wir können es ausführen. Allerdings passiert natürlich noch nichts, da wir das Ganze in QML noch auskommentiert haben. Ihr erinnert euch an den Anfang des Videos. Wir haben hier Receiver, ReceiveSomething eingegeben. Und zack, wenn wir das Kommentar wegmachen, sehen wir, okay, Receiver wird blau. Beziehungsweise, wer es noch nicht geschrieben hat, kann es natürlich jetzt schreiben, ReceiveSomething wird sogar vorgeschlagen. Mit dem String S. Und dann sage ich hier, hello world to. Beide Methodenaufrufe sollten nun ausgeführt werden. Wenn ich das Ganze jetzt zum Laufen bringe, sage ich hier, zack, hello world und hello world to. Das ist das Prinzip von Signal und Slots. Das heißt, man hat hier immer ein Signal und dann hier schließlich den Receiver, der dann hier diesen Slot hat. Wichtig war einfach, dass man das Ganze hier unter Public Slots reinschreibt, denn nur dann ist es auch von anderen Objekten verfügbar. So, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Natürlich könnt ihr auch kommentieren, wie ihr fröhlich seid. Wenn ihr noch euch was wünscht, könnt ihr gerne auf mich zukommen und mir einfach einen Kommentar hinterlassen mit einem Vorschlag. Was denn als nächstes drankommen soll. Ich bemühe mich, dass ich mich da dran halte und sage, schönes Wochenende und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.